Musik ...einen Käsekuchen... ...herzlich Willkommen zu einem neuen Video... ...heute backen wir einen Käsekuchen... ...dazu habe ich 125 Gramm Butter in der Mikrowelle geschmolzen... ...in eine Rührschüssel gegeben... ...125 Gramm Zucker dazu... ...ein Päckchen Vanillezucker... ...und ein Ei... ...das Ganze jetzt mit einem Mixer... ...2-3 Minuten schaumig rühren... ...dann 250 Gramm Mehl... ...und ein halbes Päckchen Backpulver dazugeben... ...und jetzt mit den Händen... ...einen geschmeidigen Mürbeteig daraus formen... ...aus dem Teig danach eine Kugel formen... ...einen Bogen Frischhaltefolie hernehmen... ...die Teigkugel darin einschlagen... ...und bis zur weiteren Verarbeitung im Kühlschrank... ...nochmal ruhen lassen... ...als nächstes eine Springform mit einer Flocke Butter... ...einfetten... ...dann... ...2-3 Esslöffel Paniermehl... ...in die eingefettete Springform geben... ...und damit ausstreuen... ...für die Quarkfüllung... ...125 Gramm Butter... ...in der Mikrowelle schmelzen... ...und in eine Rührschüssel geben... ...250 Gramm Zucker dazu... ...ein Päckchen Vanillezucker... ...5 Eier... ...das Ganze mit einem Mixer verrühren... ...dann den Saft einer halben Zitrone... ...und ein Kilogramm Magerquark dazugeben... ...und ein Kilogramm Magerquark dazugeben... ...jetzt alles nochmal kurz durchmixen... ...damit sich der Quark und die Zitrone verteilen können... ...den Mürbeteig aus dem Kühlschrank holen... ...damit sich der Quark und die Zitrone verteilen können... ...in die vorbereitete Springform geben... ...und gleichmäßig am Boden... ...und bis... ...hoch am Rand festdrücken... ...dass die komplette Springform ausgekleidet ist... ...die Quarkfüllung hineingießen... ...alles nochmal kurz durchrütteln... ...damit sich der Quark gleichmäßig verteilt... ...und dann im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad... ...45 bis 50 Minuten lang backen... ...bis der Kuchen eine herrliche goldgelbe Farbe angenommen hat... ...um zu testen ob er gar ist... ...einfach mal mit einem Messer hineinstechen... ...wenn nichts kleben bleibt... ...ist er fertig... ...dann auskühlen lassen... ...und servieren... ...ich wünsche viel Spass beim Nachmachen... ...bis zum nächsten mal... ...tsit er... ...tallieren... ...geessen